Hallo und herzlich willkommen hier bei den German Reviews. Heute mal wieder mit einem neuen wie heute mal wieder mit Sunset Overdrive. Wir gehen jetzt zu dem lieben Ignatius und der hat irgendwas für uns und will irgendwas von uns. Und das ist doch gut. Das war nicht immer gut. Man weiß ja nicht, was davon soll. Soll ich den Kilim holen. Arbea. Er lebt ja wieder. Beziehungsweise ist wieder gesund. Halbwegs. So. Guten Tag mein Lieber. Ignatius zujubeln. So ich will. So. 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 Okay, dann wollen wir mal hin. Die Beliegerung von Wondertown Land. Ignatius mittlerweile versorgt und geheilt hat zugestimmt, dir ein Boot zu bauen. Unter einer letzten Bedingung. Skeps haben seine Krone gestohlen und sich im Vergnügungspark verkrochen. Es wird Zeit, die Krone zurückzuholen. Zurück zu irgendwas. Ich weiß nicht, ob da zurückzuholen stand. So, dann wollen wir mal... Ja, hier bin ich. Naja, hast du nicht. Ich bin weg. Vollidiot. Scheiße, ich wollte eigentlich auf das Polizeirachter drauf. So, Vergnügungsparkt. Okay. Dann wollen wir mal gucken. Ich denke, Lawrence ist hier vorne irgendwo. Das ist nicht Lawrence. Hier ist Lawrence. Lawrence. Das ist ein. Hetzer Ach du Scheiße Hetze die Hetzer Nimm mal den hier für Den Murdering Wo ist denn der Hetzer? Da ist er Muss ich dir jetzt folgen? Na komm hier hin Das war's Ach da ist ja noch einer Was ist mit dem Dirty Oh jetzt kann ich das benutzen Mal gucken ob ich's schaffe Dafür muss ich das erst aufbauen Mein Style Jetzt mein Style aufbauen Moment So jetzt hab ich grad mein Style so weit aufgebaut Dass sie vielleicht für mich kämpfen könnten Ja meine Kämpfe für mich Wie geil ist das denn? Und jetzt nicht mehr Ich glaube Ich denke Muss mein Style so lange Aufbereitet haben Dass sie für mich kämpfen So Ein bisschen Lüftsatz Ich glaub ich muss einfach nur so So lange wie möglich Äh Style aufs Höste bekommen Nur das ist relativ schwer Er ist tot Was haben wir noch? Ne das ist kein Hetzer ne? Nein das war eben nur so ein random Dude So Ich will mal eine Kombuzzer Ein bisschen hochziehen Damit Die Hetzer auch auf meine Seite kommen Genau so So ist das gut Hetzte die Hetzer Ich finde immer ein gutes Wortspiel Naja eigentlich nicht Ist jetzt nicht so Superspecial Fuck Nein Ach komm Äh Damit kann ich hier am besten töten Bevor ich da jetzt versuche hier Groß eins zu machen Kann ich besser den so töten Den Hetzer Oh shit Jetzt sind hier vier Der hat es gläht Quickly Nein Hoch Alter Der Zackel Das ist gut Nein Wo sind noch Hetzer? Drei Hetzer sind noch hier Da ist noch einer Direkt vor mir Hier ist wieder eine Direkt vor mir So Geht's nicht mehr Und da ist noch einer Scheiße ich wollte ihn gerade töten So Hat nicht so ganz geklappt Oh die Killer Killer Von Nö Ist der Liebe Hetzer Was ist mir jetzt da Alter Zwei sind die noch Ja Das kommt ja wieder zurück Ist voll geil mit der Waffe Die kommen ja immer wieder zurück Die Munition Das ist aber ein bisschen länger Stufe zwei Geil Die Waffe kann glaube ich gar nicht leer werden Oder Da kann ich jetzt Da kann ich jetzt ein Amp draufhauen Muss ich die Waffe erst auf Level 2 kriegen Damit ich die Amps draufhauen kann Ja muss ich echt Hab ich voll vergessen Äh Können gegen Stromschläge Nö Mal Ein bisschen einfrieren Würde ich mal sagen Nein Möchte die Waffe wieder haben So Ich hab ja Ich hab ja Ich würd mal sagen Genug Dings Äh Genug Wie heißt es Genug 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 Style Wo ist denn jetzt der Hetzer Bei uns sind die mal da Wo ich nicht bin Da vorne ist er Komm Hetzer Stirb Dankeschön So einer ist noch da Da ist er Und eben zerbrochen Sieht so aus Ich würd gerne Wenn das hier Äh Krone wäre Ich muss grad mal warten Bis mir die Dinger wiederkommen Wo ist er denn Wo ist denn die Triceratops Gel Hetzer Da oben ist er Jetzt nicht runter Komm hier Nein Come on Ist das nicht so schwer Dich zu treffen Ah ok Mein mein Da kann ich doch eigentlich Mein TNT-Teddy für benutzen Ach ne der ist schon tot Na gut Triceratops Shaddle auf Puh Nix Angriff Kann ich jetzt Wie geil ist das denn Wie geil ist das denn Ok Können wir uns für den Gut zurück zu Ignatius Moin Die werden sterben Ich hab das Gefühl Als wenn die alle sterben Gleich So high five High five Was ist das hier Boah wie geil Sind welche auf meiner Seite Ja man Ja man Warum Warum haben wir keine Kleine Kleine Dings Kleine Kleine Wie heißt das Kleine Äh Kleine Gnome Gartenzwerge Hier rumrennen Genau Wollen wir aufs Riesenrad Grinden Wäre mega nice Mal ein bisschen hier Für meine Seite Ich glaub Ich kann die auch töten Wenn wir auf meiner Seite sind Die explodieren Voll gut Juhu Erfolg Killer mit Stil Nein Das ist hier die Frage Scheiße So Boah ich würfel auf die ganzen Geilen Sachen hier Ich glaub Auf der Waffe Wechsle ich auch mit Äh Hass Wäre glaub ich ganz gut Oder Ich weiß nicht was besser wäre Auf der Wache Wach ist Oder auf der anderen Weil die sind Die beide sind ja Relativ gleich Bein Waffen Guten Tag Oh den Lukas Kein nix mitmachen Schade So wo treffen Hier Irgendjemand ist zujubeln Warum soll ich den zujubeln Ich wollte schon jetzt kommen Von der Feuerwehr Dinger Ah Nein Machen bitte Jaja Schaff ich schon Ist nicht so schwer Und meine Waffe hat ja Auto-Aim Musik ist cool Werde ich tun Und Boom Boom Achso Brauche ich ja nicht mehr Ja Bin dabei Okay jetzt schießen die schon schneller Und es kommen Leute Nur gut Dass ich Meine Waffe Aber die niemals leer geht Niemals wirklich leer geht Und gut Das hier Auf mich zu rennen Musik ist echt geil Nein Oh nein Ups Nee Nicht so Oh nein Muss weit hinten bleiben Ey Jetzt hat es getroffen Warum das denn Auf jeden Fall Nein Okay es wird doch schwerer Wenn man näher dran ist Nein Jovan kann ich nicht treffen Nein Was Nochmal Fuck Oh shit Jetzt kommen welche drauf Ja Warum bin ich eigentlich Der Anzieher gekämpft Geht weg Alter Ich bin tot Lol Alter Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet Wow Jetzt kommt aber hier hin Jetzt mache ich euch fertig Ihr Drecks Pisser Ihr Skacks Nein nicht Skacks Skacks war Skacks war glaube ich Bornlands Skaps Die hier Arsch da rum Los weg von mir Oh nein Hat er es noch geschafft Glaub nicht Alter Ja Könnt ihr nicht auch was machen Ich glaube es war es Boah Nein es ist nicht von dem Mensch Ja Ich glaube es war es 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 Endlich! Gleich tun. Feuerwerkebatterien, da oben sind noch welche. Feuerwerkebatterien, gut, dass sie mir angezeigt werden. Soll ich hier drauf rumgrinden. Da ist noch eins. Nein! Schön, dass du... Alter! Dankeschön. So, hier sind noch zwei. Zum Beispiel da. Was ich natürlich nicht getroffen habe, weil es wieder zu schnell ist. Wow! Die Konsole kann man halt nicht so schön schnell zielen. One. One. Yes! Echtung mal, das ist cool. Wo ist denn der Teil? Das habe ich jetzt auf jeden Fall zerstört. Nach vorne ist noch eins. Yes! Der kommt ja jetzt raus. Skagkönig! Skagkönig! Okay. Oh shit, der kommt mir entgegen. Ich versuche mal, schneller zu werden. Wir sind gar kein Boss. Ich versuche mal so schnell zu werden, dass ich hinterhin komme. Dass ich vernünftig hinterhin komme. Ich werde jetzt lang. Komm, ich werde lang. Genauso. Au! Ja, vielleicht nicht. Zack, zack. Aufhängig. Jetzt bleib hier. Meine Güte. Komm. So. Was geht denn noch schneller? Ja, das sieht gerade sehr hektisch aus. Ich weiß. Ja, sicher. Sicher. Ja, und ich weiß, ich kriege jemanden gestanden. Okay, und aufheben. Jetzt habe ich wieder so ein Ding im Kopf. Stopp. So, irgendwie vorbei. Nee. Ich komme hinter ihm her. Okay. Ich will eben dann ihn vorbei. So, geht er da lang. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, ich hab's verkauft. Was machst du da? Ja, er fährt jetzt. Ja. Ich glaube, so komme ich dem entgegen, oder? Der fährt da lang, dann fährt er hier lang. Easy. Nein, fuhm. Fuhm. Statt, fuhm. Statt, fuhm. Er hat seine Kuhn wieder. Yes, unser Boot. Erfolg! Dieser Vergnügungspark war sehr vergnüglich. Jetzt ist es an der Zeit, für Ignatius das Boot zu bauen und dein Boot zu bauen. Alles klar, ich würde sagen, das war es von mir, wenn es euch gefallen hat. Könnt ihr den Dome hochheben und so weiter zu Wort. Haut rein, bis zum ersten Mal und tschüss.